Hallo Leute hier ist euer Bastian von Just The Best Productions. Heute erkläre ich euch wie ihr eure GamerMouse Trust GX-T32S am besten bei Ego-Shootern konfigurieren lässt. Da geht ihr erstmal auf Start und gibt ein Trust, dann müssten zwei Programme erscheinen einmal Trust Gaming Mouse Configuration und einmal Start Trust Gaming Mouse Driver. Ihr geht natürlich auf Configuration und ja da haben wir es auch schon. Wie ihr seht habt ihr zwei Modis und ihr habt sieben Tasten die ihr programmieren könnt, belegen könnt, zwei sind nicht belegt, hier könnt ihr Sensitive einstellen, aber wir befassen uns erstmal im Modus 1 das ich immer für Windows, Modus 2 ist mein Gamer Modus. Wir erstellen uns erstmal den klassischen 3er Shot, den nur M14 AA Waffen oder keine Ahnung irgendwelche Waffen bei COD besitzen. Dazu gehen wir unter Makro. Hier habe ich schon eines, das muss weg. Wir erstellen ein neues 3er Shoot. Dann müssen wir sagen, was soll beim 3er Shoot passieren. Ich benutze, ihr könnt jeglichen Buchstaben benutzen, der am besten nicht im Ego-Shoot hervorkommt. Wir nehmen jetzt L, 1, 2, 3, 3 mal L und damit Stopp ist er aufgenommen. Das lassen wir jetzt erstmal weg. Dann drücken wir auf OK, dann seht ihr 3er Shot ist belegt. Dann gehen wir auf Apply, damit er die Einstellungen übernimmt. Das kann etwas dauern, aber geht dann doch recht schnell. So, jetzt gehen wir in unseren Ego-Shooter. So, wir sind jetzt in unserem Ego-Shooter. COD4, ja, wir schießen ganz normal. Jetzt gehen wir unter Steuerung. Come. Hier habe ich es schon geändert. Also, es ist eigentlich normal so. Dann geht ihr auf Angriff. Einmal Linksklip machen. Ich hätte gern E. Weil wir haben ja E rausgewählt. Und ihr müsst es so lassen. E oder L-Mods. Denn, wenn ich jetzt meinen zweiten Modus wechsle, schieße ich genau 3 mal. Aber wenn ich jetzt aus dem Modus rausgehe, kann ich noch immer durchgehen. Schießen. Und das ist sehr wichtig. Denn ihr werdet Situationen haben, wo ihr trotzdem dauernd schießen müsst. Und ja. Aber im Moment gehen wir wieder in Modus 2. Am besten finde ich das mit Pistolen. Das war der 3er Shot mit der GXT 32. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Aber es gibt nur einzige Sachen zu sagen. Wenn man rennt. Die Taste dann drückt. Macht er nichts. Weil die 3. Die 3s. Die kommen so schnell. Dass der von ihm stehen. Während er steht. Kriegt er erst die Signale. Und dann sind sie schon weg. Und das ist eigentlich wichtig zu sagen. Denn man kann dann halt nicht bekloppt, man kann nicht rennen und dann schießen. Aber ich glaube, wenn man 2x drückt, kommt drauf an wie schnell. Dann funktioniert das trotzdem. Und ja. Das war's von meiner Seite. Schaut euch unten meine anderen Videos an. Ich zeig euch später wie Trickshots gehen. Und alle möglichen anderen Scheiß, die man mit diesen Makros und sonst was machen kann. Das war's von meiner Seite. Und nicht vergessen abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert ruhig. Und tschüss. 3. 5. 5. 6. Vielen Dank.